Köche, die drei Michelin-Sterne erkochen, die wachsen nicht auf Bäumen, aber einer, der ist in Tirol gewachsen und heute ist er hier aus dem Schwarzen Adler in Hall in Tirol, Johannes Nuding. Welcome back, mein Lieber. So, es ist angerichtet für dich. Fühlst du dich optisch schon in England? Teils, teils, ja. Teils, teils? Sehr schön, sehr schön. Womit möchtest du denn gerne starten? Ich mache das in der richtigen Reihenfolge. Breakfast, Pub, Afternoon Tea und dann auch in Palace. Alles klar. Na, dann geht's los mit dem English Breakfast. Das kann heute nicht der Schlechteste werden, auf gar keinen Fall. Was ist denn zu erkennen für dich? Puschiertes Ei, Spinat, Chippo oder Crouton. Also knusprig ist es schon mal, das hören wir. Johannes hatte so ein Pokerface, man hat ihm nichts angesehen. Möchtest du was zu dem Löffel sagen? Nein. Nein, oh Gott. Du kannst doch nicht nichts sagen. Thomas ist spannend. Okay. Da braucht es einfach ein bisschen Zeit und wenn man da jetzt nur rein plappert, nachher springt der Kopf und das Gehirn irgendwo anders hin und dann ist man immer bei der Sache. Deswegen aus Respekt, Stille. Mittags im Pub. Was hattest du da jetzt? Dann probiert er und sagt nix. What is that then? Man kann halt wirklich gar nix irgendwie ableiten. Pokerface kann der Typ. Komm lass uns ein bisschen teilhaben. Was war auf dem Löffel? Der Fisch. Okay. Fisch war's. Da hat er recht. Okay. Wir haben einen neuen Mr. Pokerface. Nein, alles gut. Mittags im Pub. Der Fisch im Beer Butter. Ganz klassisch frittiert. Also super. Leicht marinierte Gurken unten drunter. Very British. Klassisch. Aber positiv klassisch. Positiv klassisch ist doch erstmal gut. Bravo bis jetzt mal. Auf jeden Fall, ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Gott, ich krieg auch ganz schwitzige Hände, wenn du so gar nichts sagst. Konzentration. Ja, bitte. Konzentration. Okay, okay. Man kriegt einen Herzinfarkt. Also es ist einfach Wahnsinn. Besonders, wenn dann halt auch nichts gesagt wird. Die Luft war zum Schneiden fett für uns alle. Also das war natürlich, alle haben darauf gewartet, ein Feedback zu kriegen. Da hat jemand sehr viel Risiko genommen, würde ich sagen. Das wäre jetzt nicht so die erste Idee, die ich gehabt hätte. Also positiv überrascht. Ist ja schon mal gut. Oder auch nicht. Für die Bespannung. Na, alles, alles, alles gut. Alles positiv. Okay. Man hat ihm angemerkt, dass er sehr analytisch ist, sehr präzise ist, sehr genau ist und dass er jedes Wort, was er ausspricht, sehr genau überlegt. Also man muss jetzt mal sagen, du machst es echt extrem spannend, Johannes. Weil, dass man so gar nichts erfährt, ist schon, da wird auch mir der Kragen ein bisschen eng gerade. Na, also auf jeden Fall das Staatsbankett. Also die Queen würde es feiern, ganz klar. Ja, also, oh, die Queen hätte es gefeiert. Jetzt ist es der Charles. Der Charles würde es feiern, ja. Ui, ui, ui. Eigentlich ein sensationelles Lob. Also auf jeden Fall Beef Wellington, der kleine Blätterteig nebenan, würzige Soße. Okay, super spannend. Wir müssen abwarten, was er zum Schluss sagt. Lieber Johannes, jetzt möchte ich erst einmal von dir wissen, welches war für dich der beste Löffel und sag uns auch, warum das der beste Löffel war. Ja, jetzt geht es wirklich um alles oder nichts. Dieser Löffel entscheidet jetzt über weitermachen oder raus sein, nach Hause fahren. Es ist gar nicht so einfach. Schwierig zu sagen, welcher der beste war. Der Puls ist auf 180. Ich schwank zwischen zwei Tellern. Direkt ins Halbfinale zu kommen, das wäre Egor absolut zu wünschen. Aber nur einer darf es sein. Ja. Er soll jetzt glücklich diesen blöden Teller umdrehen. Exipa, bitte, 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 bitte. Dann, dann müsst ihr verstehen. Nein. Yes! Yes! Oh, mein Gott. Herzlichen Glückwunsch, Chineser, und du musst nicht mehr zittert, liebe Sendung. Ja! Yes! Ich bin einfach im Halbfinale. Danke! Bravo, bravo, Izz. Vielen, vielen Dank. Krass. Jetzt einmal diesen Moment der Freude. Aber bei uns liegen Freude und Trauer leider sehr nah. Denn jetzt frage ich dich als nächstes, Johannes, nach dem Löffel, der auf deinem Platz 4 landet. Und das bedeutet gleichzeitig, dieses Team verliert leider auch direkt einen Kandidaten oder eine Kandidatin. Da geht der Puls richtig hoch. Also es ist wie so ein Horrorfilm. Es ist so spannend. Man hätte wirklich eine Stecknadel fallen hören können. Ich hatte absolut kein gutes Gefühl in dem Moment. Zeig uns bitte, welcher Löffel landet bei dir auf Platz 4. Es sind wirklich Nuancen. Also, aber wenn ich einen weniger gern habe als einen anderen, schlecht ist er deswegen nicht. Aber dann müsste ich mit dem Ingespräch festgehen. Und das kommt leider aus Team Grün. Okay. Verstehe ich nicht. Verstehe ich einfach nicht. Meine Lieben. Jan, ich kann nur sagen, ich habe das gefeiert. Gina, du hast großartig gekocht. Von dir war der Löffel nicht. Und ich muss jetzt entscheiden, für wen die Reise weiter wird. Chance. Gina hat den Löffel nicht gekocht. Also warum sollte sie gehen? Auf der anderen Seite habe ich mich ganz klar vor den Löffel von Jan gestellt, weil der gut war. Mit so einem Löffel bei der TES gehen zu müssen, ist auch nicht richtig. Wenn meine Reise jetzt zu Ende geht, wäre das traurig, aber ich sehe es sportlich. Ich gönne es jedem hier. Ich bin gespannt, wie sich Alex entscheidet, aber eigentlich bin ich mir ziemlich sicher, dass ich es weiß. Ich kann. Gina, es tut mir so leid. Das ist einfach ein richtiges Scheißgefühl. Gina, danke sehr einfach. Ich verstehe seine Entscheidung und Top 10 in der All-Star-Staffel. Was will ich mehr? Ich möchte mich bei Gina auf jeden Fall bedanken. Ich hoffe, dass sie das eine oder andere auch mitnehmen kann. Dass, wenn sie mal Gegenwind bekommt, auch mal sagt, ist mir egal, ich weiß, ich kann es, weil sie kann es. Meine Reise bei der TES war voller Höhen und Tiefen, voller Emotionen, voller Gänsehautmomente. Schade, dass das jetzt schon vorbei ist. Aber jeder, der da draußen jetzt gerade kocht, der hat es mehr als verdient. Und ich freue mich für alle. Und ich hoffe natürlich, dass wir Jana auf der Vorderseite des Korpus sind. Willkommen, ihr Lieben, zum Solo-Kochen. Wir bleiben mit The Taste noch weiterhin in Großbritannien. England ist einfach nicht so mein Land. Kenne ich jetzt die Produkte nicht so krass her? Also schauen wir mal, was uns erwartet. Johannes, du hast ja vorhin schon von den besonders edlen Produkten gesprochen. Was hast du denn da so alles entdeckt? Also eine der besten Meeresfrüchte. Schottland und Irland, da sind die Gewässer ziemlich kalt da oben und ziemlich, ziemlich rau. Deswegen müssen die Meeresgetiere da richtig kämpfen und das merkt man dann auch. Auch Algen und Kräuter, die an den Küsten wachsen, sind sehr interessant. Fische natürlich überall her. Die Transportwege sind sehr kurz, das wird gefangen in der Nacht. Und dann ist es in ein paar Stunden in London und dann kann man da aufs volle Programm zugreifen. Ich habe keine drei Zutaten tatsächlich, die ich direkt mit England verbinden würde. Also ich denke als erstes immer, wenn ich an England denke, an diese schönen grünen Wiesen. Kriegen wir jetzt Gras oder was? Hast auch, was du dir wünschst. Oh ja, kein Gras, kein Gras, kein Gras, kein Gras. Also bevor jetzt hier die Ideen noch überquellen, würde ich sagen, wir gucken uns mal deine liebsten typisch britischen Produkte an. Und die bringt uns Dominik. Ah, der Taschenkrebs. Ja, 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 ja. So, also ein bisschen was ist aus der Ferne schon zu erkennen gewesen. Nämlich der Taschenkrebs, ganz richtig. Dann, was verziehst du denn jetzt dein Gesicht so, Tim? Das da in der Mitte, das brauche ich nicht. Hast du es erkannt, was es ist? Also von hier sieht es aus wie Salicorn. Salicorn wäre Paspers oder Meeresspargel, ist aber nicht. Das hieß ein Sea-Fennel auf Englisch. Ein Meer-Fennchel. Oder eben ein Meer-Fennchel, ja. Okay, ich brauche doch eine Brille. Ich liebe Fenchel. Und dann Meer-Fennchel habe ich mir gedacht, okay, das könnte salzig, fenchelig sein. Kann man richtig, richtig frischen Tobi-Löffel machen. Und dann kamen sofort die Ideen, Jakobs-Muschel, Meer, alles. Also ich glaube, auf das werde ich heute gehen. Dann hast du uns den Taschenkrebs mitgebracht. Ja. Warum ausgerechnet den? Da gibt es einfach viele. Und es wird manchmal übersehen, weil es extrem viel Arbeit ist. Taschenkrebs, noch nie gemacht, noch nie mitgearbeitet. Zwischendurch mal, klar, irgendwie Nordsee, Ostsee, zwischen den Steinen laufen gesehen. Wenn man den aufbricht und die kleinen Fasern und die kleinen Knochenrechte, die bleiben drin, dann ist das natürlich unangenehm. Das muss man schon sehr, sehr, sehr durchsuchen dann auch, ja. Bisschen Mayonnaise noch mit dazu. Der hat von sich aus so viel Geschmack. Also das wird ein Rettungsanker für alle sein. Und dann typisch britisch natürlich auch das Lamm. Von den schönen grünen Wiesen, von denen ich sprach, lieber Alexander. Ganz genau. Das ist jetzt aus England. Da sind die Hügel etwas flacher als zum Beispiel in Wales. Und deswegen sind die Lämmen dort etwas fauler. Deswegen ist es gut für uns, weil sie dann etwas mehr Fett anlegen. Ein kurzgebratenes, mit einem tollen Püree, mit einer kräftigen Soße. Das könnte man auf jeden Fall gut auf den Löffel bringen, ja. Ihr Lieben, und ihr dürft euch jetzt gleich auf eines dieser Produkte stürzen und es zum Star auf eurem Löffel machen. Dazu kriegt ihr 60 Minuten Zeit. Aber wie ihr es gewöhnt seid im Solo-Kochen, ohne eure Coaches. Ah, es gibt schon eine Frage. Wir bleiben thematisch schon in England, oder ist das wurscht? Zum Beispiel den Taschenkrebs, den kannst du ja genauso mediterran zubereiten, wie natürlich auch eher nordisch. Es sind Produkte, die typisch britisch sind, aber es ist ein Produktlöffel. Eine Produktaufgabe. Jawohl. Alles klar. Macht das Produkt zum Star auf eurem Löffel. Gut, liebe Coaches, dann dürft ihr jetzt einen schönen Earl Grey. Achtung, warte mehr Feinchen, probiert den. Ein kleines Pfefferminzplätzchen dazu. Wenn du den Krebs nimmst, dann musst du gut putzen. Viel Spaß wünsche ich dir, Earl. Und wir sehen euch in 60 Minuten wieder. Lasst es zu. Macht was Geiles, so wie ihr einfach seid. Man merkt halt allgemein beim Solo-Kochen, die rücken immer näher zusammen. Das heißt, wenn da nicht jetzt jemand einen großen Schnitzer macht, wird das richtig schwer, einen roten Stern zu vergeben. Lieber Johannes, dich darf ich schon mal zur Teresa schicken. Und auch du darfst natürlich nicht aktiv mitkochen, sondern nur beraten. Deshalb darfst auch du auf die schöne blaue Kanzel schon mal gehen. Ich hoffe einfach, dass Teresa ganz, ganz viel fragt und sich auch ein bisschen geilen lässt. Teresa, freust du dich? Ja. Du hast ihn vorhin erkannt, ne? Ja. Als Einzige. Das, ich glaube, das war auch so ein bisschen der Glücksbringer. Wahrscheinlich. Der Johannes ist heute dein Glücksbringer. Ja. Ich wünsche euch allen aber natürlich ganz viel Glück und vor allem ganz viel Spaß mit dieser tollen Aufgabe und mit diesen wunderbaren Produkten. 60 Minuten Kochzeit starten genau jetzt. So, let's do this fucking shit. Macht Spaß. Wo fangen wir denn an? Wir gehen erstmal einkaufen. Das, das, das. Erstmal Wasser kochen. Ich würde fast sagen, man fühlt sich hier angekommen und ich hoffe, mein Gefühl enttäuscht mich nicht, dass ich heute halt auch natürlich mit meiner Glückssträhne einfach weitermache. Ich entscheide mich für den Taschenkrebs und dazu gibt es dann auch nochmal den Meerfenchel, der einfach nochmal begleitend mit seinen schönen, jodigen Aromen einfach nochmal mitspielen darf. Auch geil, dass wir damit kochen dürfen, ne? Da dachte ich mir schon, das macht schon Spaß. Was glaubt ihr denn, welches Produkt jetzt gleich am häufigsten auf euren Löffeln zu finden sei? Taschenkrebs in jede Form von Gemüse, Cannellone oder sonstige Ravioli ähnlich nachgebaut. Kalt, schön mit Mayonnaise, das glaube ich. Das wünschst du dir, glaube ich, auch. Taschenkrebs ist halt ein irrsinnig dankbares Produkt, glaube ich, für einen Löffel. Du kannst halt sehr exakt auf den Punkt garen und das freut sich über jedes Aroma, über Feinheit, über Kräuter, über Süße, über Säure, über animierende Schärfe. Fett auch. Ja, also das ist ein ganz, ganz großartiges Produkt. Ich habe mir schon etwas überlegt und zwar würde ich gerne einen Taschenkrebs machen. Jawohl. Da musst du mir aber ein bisschen helfen mit dem auseinandernehmen. Ausbrechen ist in dem Fall einfach. Wir brauchen eigentlich nur eine große Schere, weil für uns so einen Löffel reicht das ja. Du musst das nicht das ganze Ding machen. Da musst du nur die Schere leicht aufknacken. Die würde ich nicht so brutal machen, weil dann hast du die ganzen Splitter drin. Und dann dann mal das ausfieseln mit den Fingern und dann mit deinen kleinen Fingern durchgehen, damit wenn du was spürst, dass das nachher nicht irgendwie das Wunnen aussortiert. Das ist dann so, das ist fast so wie Fingernägel, so ungefähr schmeckt das dann. Also das ist nicht so gut. Also ich wäre wirklich sehr glücklich, dass er hinter mir steht und dass ich mit ihm kochen darf. Schöne Aussicht. Es haben viele Taschenkrebs genommen, ich kann mir das nur vor. Wie viele Taschenkrebs sind da unterwegs? Taschenkrebs? Zu meiner Überraschung haben sich ja viele an den Taschenkrebs getraut. Wieso sind die da schwarz? Nee, gar keinen Bock. Das hilft ja auch nicht, da müssen wir durch. Okay. Es wird alles gut. Du kriegst das hin. Also wie mache ich das Ding jetzt? In der Theorie wäre das so. Und dann springt das auf. Aha. Ah, und dann kann ich so das Fleisch rausholen. Genau. Und vor allem machen wir nicht so kleine Spick da gerne. Ja. Ich habe den bestmöglichst zerteilt. Mit Gefühl, vielleicht auch mit einer Messerrückseite. Wie so bei einer Kokosnussknacken halt einfach nochmal rundherum um die Schere. Im Solo-Kochen mache ich einmal einen Taschenkrebssalat, den ich so ein bisschen mit Wasabi abschmecke. Dazu gibt es eine Avocado-Creme. Als Grundbasis einmal eine Taschenkrebs-Beuernblanc und so ein Knusper aus der Kartoffel. Ich versuche gerade solche Spiralen zu machen von der Kartoffel, die halt einfach super als Texturgeber für meine Beuernblanc dann einfach schon mal die Basis geben. Man hat Stärke, man hat Fett und das ist eigentlich auch wieder so ein vertrauter Geschmack, worauf ich jetzt einfach nochmal hoffe. Die Frage ist noch, ob das für The Taste reicht. Also ich habe mir so ein bisschen gewünscht, dass es ein bisschen Meeresfrüchte gibt. Und deswegen bin ich auch beim Taschenkrebs gelandet. Ich mache im Solo-Kochen einen Taschenkrebssalat mit einem Krustentier-Safran-Soße, Bacon, Mandeln und mariniertem Fenchel. Also ich mache jetzt erstmal einen Krustentierfond, so eine Basis-Soße und danach kümmern wir das Ganze runter und spinden es später ab mit einer schönen Mayo. So, dass es ein schöner kalter Löffel wird, wo auch immer noch der Taschenkrebs der Star ist. Ich habe mich eigentlich relativ schnell von den Zutaten Taschenkrebs und von diesem Meeresfenchel verabschiedet von dem Gedanken. Bei mir gibt es heute einen Klassiker. Lammfiele mit Kräuterkruste und Höhnchen und Kartüffelchen dazu, eine richtig geile Soße. Also was soll ich mich da mit irgendwelchen Zutaten rumquälen, die ich nicht kenne? Ich habe mich für das Lamm entschieden, weil Lamm ein Produkt ist, was ich halt zu Hause auch sehr oft benutze. Ist das nicht toll, dass wir hier noch zu viert stehen? Wir sind echt, was soll ich sagen, blessed. Halleluja! Im Solo-Kochen koche ich als allererstes einen Krustentiersud aus den Karkassen von dem Krebs. Dann wird es einen kalten Salat geben aus dem Taschenkrebsfleisch mit Limettensäste, Limettenabriebsaft und Creme Fraiche. Dann gibt es einen Apfel-Fennchelsalat, ein Tomatenkuli, ein Geleeplättchen aus dem Krustentierfond und das Ganze mit einer getrockneten Cherrytomate. Ich glaube, das hatten wir in zehn Staffeln The Taste nicht. So ein heftiges Niveau. Also das muss man auch einfach mal sagen. Alle sind nicht nur extrem vorbereitet, sondern alle sind so ehrgeizig und motiviert, weil wir jetzt einfach schon so weit gekommen sind. Man muss nicht nur sehr viel können und jedes Mal abliefern, man muss den Druckstand halten und man muss einfach immer wieder aufs Neue kreativ sein, sich neu messen und einfach wach sein.